Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Birkenstock-Sandalen. Das High-End-Produkt in unserem Birkenstock-Sandale-Test geht an den GC Birkenstock. Der Birkenstock GC ist ein echter Klassiker. Das Motto Freiheit für die Füße wird hier besonders stylisch umgesetzt. Die individuell verstellbare Sandale mit Zehensteg gibt es in vielen modischen Farben und hat sich längst zu einem Kultschuh entwickelt. Das Obermaterial besteht aus hautfreundlichem und strapazierfähigem Birko-Floor. Die Unterseite des hochwertigen Synthetik-Materials ist mit einem besonders weichen, anschmiegsamen Glies kaschiert. Komfort wird bei Birkenstock großgeschrieben. Dank der individuell verstellbaren Metallschneile lässt sich der Riemen jedem Fuß perfekt anpassen. Der anatomisch geformte Zehensteg verleiht sanften Halt. Das Original Birkenstock Cork Latex Fußbett mit Velours Lederdecksohle macht den GC zu einem sommerlich luftigen Begleiter mit viel Komfort. Dafür sorgt auch die leichte, flexible EVA-Laufsohle, die ein optimales Abrollen ermöglicht. Ein cooler Begleiter auf Reisen perfekt zu Sommerkleid, Shorts und Jeans. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Birkenstock Arizona. Das Modell Arizona ist seit Jahren weltweit eines der beliebtesten Sandalenmodelle. Sowohl im Beruf als auch in der Freizeit ist der vielseitige Birkenstock Klassiker anzutreffen. Durch die Vielfalt an Materialien und Farben ist das Modell eine Sandale für Jung und Alt. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Birkenstock Sandale-Test ist die Birkenstock Arizona Kits. Leder ist eines der stärksten Naturmaterialien, die traditionell in der Schuhherstellung verwendet werden. Birkenstock verwendet für seine sehr hochwertigen Lederprodukte, die besonders dick und nicht spalten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.